Jo Leute, was geht? Klimt am Start. Wieder bei ARK und dabei sind die üblichen Verdächtigen. Was? Was? Äh? So verdächtig, ich hab nix. Habt ihr Asylberries wieder gegessen? Asylberries? Ja, die sind so schnell weg. Warte, ich hab mal ne Menge Asylberries. Ey, lass mal Mammut stehen. Was schwärmt jetzt alle auf das Mammut drauf, Edgy? Ja, weil wir Mammut, weil wir Mammut nicht nehmen müssen. Ja, warte, dann lass mich den eben ausladen. So, dann werde ich mir mal ganz kurz das Mammut wieder ausleihen, wenn das für dich okay ist. Warte, warte, lass mal eben stehen, ich transportiere eben alles, was er hat, in mich und dann... Geht denn ab, Matthias? Alle brauchen Machtmutter, wir wollten jetzt nochmal schnell in den Summen. Ich muss es doch in der Folge machen, der Blumen, der nennt so hart. So. Wo ist Blumen? Du drückst... Einfach, nee, du drückst Tab. Hm. Gibst unten ein kleines R, Punkt, großes B-L-O-O-M, großes Q, U-A-L-I-T-Y, Leerzeichen, 0.5 und drückst Enter. Und dann freust du dich. Ist immer noch genauso hell. Dann hast du dich vertippt. Ja, dann mach der 0,3. Blumen Quality 3 ist noch... 0,3. Ja, weiß ich doch selber 0,3. Moment, jetzt muss ich ganz kurz... Nee, 0,3. 0,3 oder Komma? Wo ist eigentlich der andere hin? Mario ist die Fall, ist nicht, aber wo ist der andere? Ist beides. Der Foul. Aber warte, da ist schon Blumen Quality 0,3, ja. Äh, weil Seb und ich wollten jetzt nochmal schnell wieder rum, das dauert ja nicht lang. Mal eben. Ja, das dauert ja nicht lang. Also das... Dieses Blumen Quality ist dafür da, dass zum Beispiel dieses Gespiegelte von der Spitzhack und so weiter nicht mehr da ist, ne? Ja, ja, das dachte ich mir. Aber das meinte ich eigentlich gar nicht. Äh, ansonsten Gamma. Gamma 2. Ja, das ist halt nicht... Das ist halt nicht hell, sondern wenn ich in die Sonne gucke, dann erzt es halt. Ja, okay. Ja, das ist normal. Sepp, gehst du auf Wammut? Ja, Moment. Jo, bin rauf. So, äh, ich werde auf jeden Fall nochmal hier ein paar Kisten hinballern, die ich noch gar nicht gelernt habe, fällt mir gerade ein. Wie war das jetzt mit der Hose? Warte, bring ich dir sofort. Ich bin hier im Haus. Eine Hose, bitte. Ja. Hose! Wo bist du denn? Hose. Hose. Leg die Hose jetzt vor die Tür. Nein, bring mir die doch wenigstens. Wo bist du denn? An unserem zweiten Hose sitzt. Warte. Wo ist denn der? Ja, das ist das Lagerhaus hier. Ne, ich hab die linke Seite. Ach, da hinten. Ja. Ich muss grad Fiber fahren. Ja, Sepp, die können auch, äh... Da können die Hose erst mal Häuser mit Dächern. Bitte was? B3 könnten die, ja. Aber das ist zu weit gefächert. Was? Ich baue Häuser mit Dächern, was ist denn daran schlimm? Ja. Das ist total... Weiß ich nicht. Das sieht so gut aus. Auch damit. Warum? Kann der nicht angehen, dass wir die ganze Zeit so hässliche Kackstinken da hinbauen? Doch. Das ist der Plan. Dafür bin ich doch jetzt hier. Gegen unser hübsches Sumpfdorf kommt keiner an, von euch aus dem letzten Season. Das war das allerhübscheste. Das war so hübschig. Das war so hübschig. Dünftdorf war geil. Ja, Mann. Das sah so aus wie... Das ist so... Ey, da ist ne bunte Säule. Direkt rechts. Hol sie dir. Schnapp sie dir alle. Schnapp sie dir, Tiger. Komm, schnapp sie dir. Komm, schnapp sie dir. Trommel Downfall auf jeden Fall. Schnapp sie dir. So, was brauche ich denn jetzt für ne Kiste hier? Wood. Krass. Hätte ich nicht genau. Das ist ein Raptor, glaube ich. Holz für ne Kiste? Ist ja übertrieben. Vor allen Dingen für ne Holzkiste. Warte, warte, warte. Ich kann wohl noch nicht die Schränke machen, ne? Ist egal, erst mal. Wow. Kann man mal ne weiße. Ne, da ist noch ein bisschen Fiber. Auf dem Glück gehabt. Bisschen drauf. Nehm ich. Ja. Besorgt's mir. Äh. Sein Danke. Yeah, Level up. Guck mal, so geht das doch. Ich weiß nicht, ob ich grad Oxygen aufgelevelt hab. Klim, wir haben ja im Gegensatz zu gestern nochmal ein klein bisschen angepasst. Da waren ja noch ein paar Werte nicht übernommen. Ah ja. Tick, 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 tick. Na Konfig. Na Konfig. Ich will da mit dem, mit dem Dinotame, das hat mega lang gedauert, so. Also richtig übertrieben lange. Standardwert halt, sodass du echt teilweise mehrere Stunden für ein Dino brauchst. Dann war da halt wieder... Ich brauch wieder einen kleinen Dilo, den ich eigentlich Arschkrampen nenne oder so. Das ist ja eigentlich ganz cool. Ja. Ich will eine ganze Horde kleiner Dilo, die ich Arschkrampen nennen kann. Ey Kute, wo ist eigentlich der... Wo ist das Mammut? Mammut hat die beiden Spanzen genommen. Achso, ihr geht ja wieder auf Anzugfarm. Ey, was ist denn jetzt kaputt? Ich hab... Ich bin... Ey, ey! Aua! Ey, Hilfe! Ah! Sepp stirbte. So, an welcher Stelle soll ich denn die Rampen... Warte, jetzt haben wir es. Ey, weil geh mal unten zu dem Haus. Mal gucken, ob du von da aus Rampen hochbauen kannst schon mal. Oh, sind die behindert, ey. Von welchem Haus? Achso, von dem Haus da? Ja, genau. Also, runter zum See hin, weißt du? Ja, solltest du aber kaputt kriegen mit dem Ziel. Also, die Schräge zum Haus oder vom Haus die Schräge? Beides eigentlich. Aber guck erstmal, ob du irgendwie vom Haus in den See, sag ich schon. In das... den Ozean rein kriegst. Äh, roh geht's bei euch? Nö. Okay. Ja, das ist aber bei uns. Yeah, guck mal, das passt genau. Guck mal, wie schön das passt. Guck mal, bei mir roh geht jetzt nämlich auch schon nicht mehr. Äh, doch, ein bisschen. Guck mal gucken, das ist wunderschön. Ja, ich komm, aber ich komm sehr langsam. Lange bei dir? Zwei Stunden? Warum kommst du langsam? Weil ich overencumbered bin. Ich hab zu viel dabei. Wie kann ich denn eine Rampe nach oben bauen? Aber das sind nicht die Dachdinger, ne? Aber das sind andere Sachen. Das sind Rampen, das sind nicht die Dachdinger. Äh, von dir aus gesehen hinten rechts. Wo denn? Aber ich hab noch keine, ne? Da zum Wasser halt. Und da kann man hochgehen? Da kann man hochgehen. Was? Hier, geh gucken. Hier links raus, da. Hier, guck. Ja, warte, ich mach das. Guck, guck, guck es dir an. Entspann dich doch mal, krass. Ja, die sind halt selten, die scheiß Däger, ne? Deswegen, das hat mich gerade schon gewundert, so von wegen. Oh ja, ich hab jetzt 20. Ich denk mir, was? Ey, nein, Libelle, Hilfe. Die liegt an meinem Arsch. So, hier. Weißt du, da kann man echt hochgehen. Ja, und jetzt kannst du da unten halt wieder Graben machen, das passt perfekt. Oh, Level Up? Ja, schick. Hast du noch so Foundations? Eine? Äh, ich kann eine machen, ja. Mach mir mal eine. Oh, Movement Speed. Äh, hab ich gerade noch genug Holster? Ich hab, glaube ich, noch genug Holster. Ne, warte mal. Oh, 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 oh. Ne, dann passt es. Mach ich mir eben selber eine. Viele, viele. Ne, ich brauch's ja für die Erfahrung. Hast du Fiber noch? Ich brauche noch 10 Fiber, mehr brauche ich nicht. Noch welche, los. Kokodiel kommt. Alter. Jetzt habe ich Fiber. Du musst mit draufhacken. Ja, Mann. Jawoll. Jawoll. Wood Foundation dann halt, ne? Ganz normal. Happa, happen. Hm. 21 Fleisch. Let's do this. Ey, ich glaube ich habe noch nicht eine einzige, ne? Eine einzige was? Von den Species X. So. Die brauche ich übrigens, die Foundation, ne? Wofür? Damit wir die Rampe, den Berg da hinten hoch machen können, damit wir mit dem Mammut nicht immer drei Kilometer Umweg latschen müssen. Oh, ich kann hier eine Unterwasser Baseball mit der Foundation. Ne, Quatsch, äh, wo brauchst du, wo muss ich die hinsetzen? Sag Bescheid. Nirgendwo, gib sie mir. Oh, oh. Ja, warte, ich muss ja erstmal wieder hochkommen. Ach, wir haben ja eine Rampe. Ne, da kannst du nicht drauf springen, so. Das geht irgendwie nicht. Keine Ahnung. Also, ich habe eine geschafft. Okay, ich schaff's, ich schaff's auch schon, okay? Okay, ich habe eine. Ich glaube an dich. Ich glaube immer noch an dich. Okay, ich... Nicht mehr so stark, aber ich glaube immer noch. Nicht mehr zu stark, aber ich glaube immer noch an dich. Ach, nice. Warte, äh, warte, dann gebe ich die mir ganz kurz. Ich muss, äh, auf Fondation. Mach, 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 mach. Mach das noch ein bisschen was weg. Ich muss von da aus droppen. Einfach O drücken. O, ja, geht auch. Aber ich habe das jetzt einfach so gedoppt. Oh, warum hat mein Kip denn immer Hunger, Alter? Holy Shit. Meine Organisierung ist fast so schlimm wie die von Sepp. Ne, das ist alles schon ein Gerücht. Oh nein! Oh mein Gott! Wo rennst du denn jetzt hin, Qtip? Ja, ist nicht weggeworfen. Da oben zu dem Berg hin. Warum? Was hast du gemacht? Warum rennst du so schnell? Weil ich Movement Speed gelevelt habe. Holy crap! Wo willst du hin? Er musste alles nochmal einsammeln. Ohhhh! Oh mein Gott! Was ist sie jetzt? Hashtag ein Navi. Ich hab Angst. Immer noch der beste Hashtag. So. Hat ich sie jetzt schon aufgehoben oder nicht? Vogel, hat Spaß? So, warte mal. Ich komme mal ganz kurz zu dir hoch mit Qtip und dann können wir die Rampen zusammenbauen. Ich bring dir immer, ich crafte, ich fahre dann mit dir Holz und so'n Shit. Uh! Und dann kannst du... Ich überleg noch gerade von wo wir die runter bauen. Ob wir das von hier wirklich machen wollen oder... Hilfe? Warte! Okay, wir beobachten jetzt Klim dabei, wie er rennt. Wow! Sieg rüber! Da sieht man einen wilden Klim, wie er barfuß mit Schwert in der Hand einen Berg hoch rennt. Ja, das ist doch eine interessante... Soll ich dich einsammeln oder willst du... Da ist er wieder, da ist er wieder, da ist er wieder. Ich hab drei Stück. Hui! Dann wollen wir erstmal zurück und die drei nutzen. Ja, warte eben hier das... Hallo! Das ist aber ganz schön stabile. Soll ich was hier hinsetzen? Meinst du, das ist ein guter Platz für die Rampen? Okay, wir können. Uh! Sehr gut. Ich muss aber gleich nochmal irgendwo schon im WC-Zwischenland. Es kann sein, dass die Stamina nicht reicht. Ich mach mich noch ein bisschen leichter. Kann ich sagen, dass hier ein guter Platz ist. Weil ich kann leider nicht auf die Plattform gehen. Zum Stamina-Recken mit dir dran. Äh, gute. Warum ist das Obstruct? Doch, geht. Hier hast du Holz und Fiber und Thatch. Dann kannst du vielleicht noch ein paar Rampen-Craften, die liegen alle hinter dir. Rampen-Craften? Und dann Rampen-Rampen-Craften, weil er Rampo ist. Rampen-Craften? Oh nö, ich brauch einen Foundation Support. Und du konntest dann nichts abbauen, weil es viel zu hart geleckt hat. Und dann dachte ich mir, hey, wie funktioniert das denn? Oh nö. Was denn? Ich brauch Foundation Support. Ja, dann mach doch da hin. Ja, wie denn? Einfach so ein Stützteiler oder nicht? Ich komm da ja nicht hin. Das muss ich. Wir brauchen den Flug. Wir brauchen den Kackvogel. Ja, wir sind gleich da. Weil das voll die Schräge ist, Mann. Ah ja. Merkst du selber, ne? Also bei einem Kackvogel würde ich jetzt glaube ich echt nur noch Movement Speed machen, weil das mit dem Gericht ist ja sowieso egal, sobald wir da Sachen drauf gebaut haben. Soll die Rampe auch für Dinos da sein oder nur für uns? Auch für Dinos. Okay. Aber ein Mammut kann auch da drauf rumlaufen, das ist kein Problem. Meinst du Berge oder was? Ja, genau. Oh Gott, was soll ich kraften? Ich mache hier, ich balle hier einfach mal überall Wooden Foundation. Könnte reichen. Egal. Was, warum? Weil ich craften muss, um zu leveln. Ja, die kannst du auch einfach irgendwo ne Truhe kloppen. Sollte sich ausgehen. Da hast du wahr dran. Wie bist du jetzt runtergekommen ohne zu sterben? Äh, ich hab noch halb HP, sagen wir so. Okay, zack. Au. Okay. Ja, aber reicht. Ha. Ich hab nur ein Achtel HP verloren ungefähr. Das ist gut. Mama ist stolz. Danke Mama. Okay. Äh, wie heißt denn die Säule? Säule. Was haben wir denn hier eigentlich? Ein paar Pfeile? Du kannst die aber auch Jürgen nennen, die Säule. Warte mal, das Steinwerkzeug gebe ich den beiden hier, ne? Aber ganz kurz, wir brauchen Foundations für unsere Wasserbase, weil wir alles auf Foundations bauen, richtig? Richtig. Nee, nee, nee. Pillars ohne Ende und Ceilings ohne Ende. Wooden Ceilings. Genau. Also das sind so die zwei Grundpfeiler des ganzen Spielchens. Ja, dann crafte ich jetzt mal Feelings. Äh, Feelings. Äh, nicht Craft Feelings. Du craftest Feeds. Oh geil, du hast Feeds. So, einen Glanz hab ich erst reingesetzt. Nice. Ja, warte, ich hab die Kacke. Wir brauchen mehr Holz und ich brauch mehr Fiber. Kommt mal mit dem Mammut zurück, ich muss Fiber fachen. Fiber kannst du mit der Sichel. Hast du einen mit der Sichel? Nee, 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 nee. Die ist aber noch in dem, äh, Dingens drin, oder? Ist doch nicht einer. Nee, die Craft... Nein, Mario! Was? Mamma Mia! Mario! Was hast du gemacht? Nix, er ist gestorben. Hä, war hier nicht ne Sichel drin? Abel Sichel. Abel Sichel. Abel Sichel. Das ist nett. Abel Sichel, Ching Chong, Ching Chong. Was ist das denn? So hier, schlägt dir mal was da rein. Das sieht aus, als wäre irgendwo schief gestanden. Da ist doch ne Rampe drunten. Warum gibt's ihm das nicht? Äh, ich hab hier, ich hab euch da was in die Kiste reingelegt, Werkzeug. Das sieht aus mit der Rampe, ey. Sollen wir den nicht hinterher auch zwei breit machen? Sieben breit würde ich machen. Ja, hinterher gerne zwei breit, aber... Ich würde den ganzen Berg mit Rampen verdecken. Du musst jetzt mal gucken, warum nimmt der da keinen... Machst du mir jetzt so ne Sichel, Sepp? Ah, wo? Sie ist da drin? Ja, geil. Thanks. Abel Sichel. Abel Sichel doch. War zu gut. Okay. Du machst das schon. So. War der Mario der... Zählt die Säule jetzt nicht als Foundation? Was mit Mario? Hatte der jetzt... Ja, der kann ja einfach bei uns bauen. Oh, Alter. Ja, schlägt's. Das geht richtig ab. Muss ich ne Foundation unter die Säule bauen, damit ich die... Damit das zählt hier? Du musst die richtig im Berg connecten. Ja, die ist richtig im Berg connected. Ja, wenn sie nicht drin ist, dann zählt's nicht. Ja komm doch mal gucken. Ich hätte sowieso anders. Ich hätte unten angefangen und hätte mich dann im Zweifelsfall so Schlangenlinien da oben gebaut. Ja, der sieht doch voll behindert aus. Ja, echt mal. Weil so, wenn... Wenn ihr das überlegt seid, dann bist du wahrscheinlich unten am Wasser, bis du die Rampe am Boden hast. Warte, kann man ja mal gucken. Gar nicht. Augenmaß. Augenmaß. Was für am Wasser? Nee, 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 nee. Der kommt ungefähr da an, wo der Vogel jetzt ist auf der Höhe. Also ungefähr... Das stimm mal hoch und dann guck mal. Hier. So. Packen wir die Scheiße rein in den Vogel. Wo ist das Mammut? Warte ich... Warte ich... Haben wir noch Fleisch oder so? Fleisch? Ja, Brät. Zum Essen im Grill. Nee, nee. Und da halt... Ich hab halt übel Hunger. Jaja, musst halt einfach mitnehmen. So, okay. Einfach mit dem Snacksop dann. Also einfach weiter Holz holen und so Sachen, ne? Ja. Okay. Lass mich nochmal auf den Vogel drauf. Gleich haben wir auch noch ein bisschen wat. So, ich crafte mal eben. Mhm. 2 Säulen. 3. Ich brauch mehr Fetch. Ah, Fetch. So. Ich packe jetzt alles was ich crafte. Also die ganzen Ceilings und Shit packe ich da unten dann in die... Oh, Säulen sind im Vogel. Äh, jaja. Mal gucken. Gleich viel Gruppen kuscheln, Alter. Boah, das Miese ist, wenn die Sonne scheint, das ist ja fast eine Textur, ey. Hm? So, guck mal mal. Säule? Wer hat da ins Wasser geklappt? Sepp, warst du das schon wieder? Du hast es wirklich, oder? Ja, so als Scherze dann. Oh mir. Du wolltest, ey, du wolltest einen Fehler setzen, oder? Was wolltest du machen? Ja, ich will, dass ich da weiter die Schrägen setzen kann. Der sagt mir, requires neighbor Foundation Support. Tja. Für die Schrägen. Normalerweise ist der Support von Arkdorf so gut. Warum ist der jetzt so kacke? Verste ich nicht. Guck mal, ob du das ist. Warte, ich lege dir die Schrägen auch mal da rein. Das ist das, was ich meinte. Normalerweise, wir haben das, wo ich das letzte Mal sowas gebaut habe, angefangen, weil du da einfach Stück für Stück dich hochbauen konntest. Schrägen sind ein Vogel. Das ist Anti Yvonne Cutterfeld. Das ist halt so echt ein bisschen ätzend. Nein! Oh, mein Charakter ist schon wieder müde. Was ist denn das für eine Muschi, Alter? Der schlägt 20 Mal mit der Sichel drauf zu und ist dann müde. Da musst du Stamina leveln. Ja, mach ich auch, glaub ich. Also im unfertigen Zustand ist die echt ne Todesfall. Ich so schräge da. Das wäre eigentlich richtig witzig so. Hier, Base, hier runter. Dann, ah! Alle sterben. Das Problem ist halt wirklich ähm... Der haut denn da gerade Holz mit den Fäusten? Ja, der hat halt nix. Wer ist da oben? Wer ist da oben? Wer ist da oben? Wer bist du nur auf der Rampe? Warte. Krabbel mal da runter und reiß den Pillar ab. Sonntox. Der hier unten, der frei ist. Krabbel am besten, dass er nicht runter abstürzt. So, wir haben kein Holz mehr. Du musst den neuen Tribe einladen oder er muss das annehmen. Wo ist denn unser Mammut? Ach so. Ist doch gar nicht im Tribe, ne? Da hinten. Hallo, Jürgen. Die heißen auch Mammut und Rex wieder, ne? Wir müssen die umbenennen. Mach's gut ab, was brauchen wir. Wo dann? Aber der Rex hieß, glaub ich, Rex oder wir nennen den Blonden. Der Rex hieß Rex. Oh, der Mammut hat ein Level ab. Wo soll ich skillen bei Mammut? Mammut. Er ist äh... Attack Damage. Attack Damage? Ja. Wir haben übrigens zwei von diesen Ex-Pflanzen-Dingern in der Kiste im Haus, ne? Ja. Ja, ja. Ja, die hast du da reingegelt. Weil du musst äh... Der Pillar, der jetzt da ist, der muss weiter raus, aber dann muss er wieder tiefern. Das... Vom Abstand her. Okay, dann fang ich einfach mal von hier an zu... Ah, ne. Komm mal kurz mit drauf. Ja. Ich schmeiß dich oben mal raus. Dass du ähm mal runterkrabbelst. Also wirklich krabbeln. Ja. Und den Pillar da abreißt. Ja. Vielleicht schaffst du es ja irgendwie dann zu connecten. Hauptsache das ganze Holz ist weg, Alter. Ja, ich hab halt ganz viel Zeug daraus gebaut, ne? Ja, passt ja. Welche... Aber ich farm grad schon wieder neue, also geht das... Der Freistehende, der äh... Der müsste vor dir... Ja genau, der, der muss weg. So. Rex ist jetzt Blondie. Alles klar. Und jetzt? Blondie? Ist das schon mal weg? Und jetzt musst du halt dann anfangen, äh... Das ist mal ne Flasche Chantre. ...zuschauen, dass du da irgendwie ran connectest. Kannst du mal hoch, dass du mich runternehmen kannst, hier wieder? Was ist dann ein Giraffe mit dem Arc-Bau-Modus, ne? Ja, ganz stimmt. Alles klar, steht drauf. Nee. Du bist runtergefallen. Das stimmt. Ich bin jetzt auf einmal durch den... Aber irgendwie keinen Schaden kriegt. Also alles okay. Sehr gut. Oh, wer hat Level ab? Der Vogel. Warte? Wollte eine Foundation... Wooden... Foundation... Ja, der Vogel. Äh, der Vogel ist jetzt mal wieder... Mal wieder bei 167% movement weight. Ja, ist mal gut. Es wird lang sein. Über 200. Ja, wäre dann halt wieder gut. Und... Wie viel kann das Mammut tragen? Auch mehr Holz. Äh, musst du mal reingucken. Wait... 400... Oh, da geht noch was. Ja, also gut. Mammut kannst du Mini-Damage und Gewicht machen. So, immer mal im abwechselnden... Modus. Das weg, das weg, das weg. Mini-Damage ist dann doch für... Wie viel Holz er bekommt, oder was? Also er muss weniger zuschlagen und kriegt theoretisch auch mehr raus. Genau. Das Gewicht ist... Erhöht dann halt. Ich dachte, das macht nur Schaden gegen Dinos. Nein. Zum Farmen kannst du das... Auch zum Farmen? Ja, ja, ja. Auch für die... Wenn man auf Dinos sitzt? Ja, ja. Oho. Also für die Dinos halt, ne? Ach so. Nicht deins. Ja, meins macht das nicht, oder was? Nein, nein, du nicht. Oder? Okay, das war, was ich meinte eigentlich. Ich glaub, der ist jetzt schon sehr schwer. Sepp, was, äh, tust du da? Türt an die Schildkröte. Warum? Weil ich's kann. Okay. Äh... Meldest dich, wenn du... ...wieder da bist. Didip. Nein, der ist ja abgestürzt. Didip. 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 Wie der Kopf von dem aussieht, Alter. Didip. Wie baue ich denn... ...die Dinger... ...nach oben? Didip. Didip. Die Rampen. Ey, du hast alle mal ne Pfeile geklaut. So. Wie kann ich ne Rampe drehen, wenn ich die... ...bevor ich die bauen will? Drehen? Ja, wenn ich die jetzt hier an die Foundation bauen will, dann... ...will ich die nur nach unten setzen. Dann werde ich die nach oben. Mit? Ähm... Zeig mal her. Achso, ne, da musst du ein Pillar... ...must ein Pillar machen. Da drunter, oder was? Ey, du musst dann zum Beispiel hier den Pillar hinstellen. Ah. Damit er irgendwie... ...damit er irgendwo weiß, wo er hin muss. Okay. Also das heißt, du kannst sie gar nicht richtig miteinander verbinden, oder was? Ja, doch. Das geht. Das geht schon. Level up! Yeah! Hier ist halt ein bisschen... ...Flickelei. Hier ist so... Das geht doch nicht schnett. Schnell. Gehst du? Ey. Ja, genau. Guckst du mal. Ich weiß nicht, ob das passt. Oh, ich kann die Large-Sauri... Hat keine Ahnung, was er tun soll. Damit. Was soll ich denn jetzt noch alles hier, äh... Ah ja, den Pillar könnte ich jetzt lernen, ne? Dann mach ich doch mal den Pillar. Klingt doch nach nem guten Plan, oder? Ähm... Kann sein, dass der zu nah ist. Ich bin mal kurz im Vogel. Kann sein, dass der zu nah ist. Ja, ist er auch, der Pillar. Und wenn du mal den roten... Die rote Rampe... ...setzt den Pillar mal... Pfff... Warte mal, ich hab ja auch noch welche einstecken. Ich hab keinen Pillar mehr. Ich brauch mehr Fetch. Kein Pillar mehr? Ach, Killermann. Okay. Ich baue mal schon... Ich fang schon mal unsere äh... Wasser-Base an, oder? Also so ein bisschen so ein Weg aus Wasser. Ja. Ich hab ja da... ...die Butze gebaut. Und dann... So, was fehlt mir denn jetzt noch hier? Eigentlich nur Wood. Wood habe ich... Ah, ähm... Coolchip, hast du zufällig ne Ceiling einstecken? Ne, hab ich nicht. Warum? Die... Steht ja dabei. Achso, warte. Die Lampa hat kein Snap-Point. Achso, warte. Du kommst klar, sagste? Äh... Jetzt hab ich ein Ceiling einstecken. Warte. Bau den mal hier oben drauf auf den Pillar, bitte. Ja. Nun... Ich bin zu schwer. Okay. Kann ich gar nicht verstehen. Bitteschön. Ja, toll. Ja, Fleisch. Fleisch. Ist doch okay, warte. Hier. Muss ich jetzt jedes Mal wieder Pillar und ein Ceiling oben drauf? Was denn? Nein, du musst nur ab und zu. Au. Au. Geht's jetzt her, dann kannst du hier, äh, Dinge zu... Weil der, die Ceiling hier, geht ja wieder eine bestimmte Reichweite. Achso, ja, dann muss ich ja wieder von... Ich kann ja nicht von oben dran bauen. Jetzt muss ich ja von unten. Richtig. Du musst jetzt unten hingehen, wieder einen Pillar setzen, dann wieder nach oben setzen. Ja, ist halt... Ich kann grad die, das Ceiling nicht an die Rampe snappen. Ist das richtig? Warte, ich komm auch zu dir. Bevor wir hier Eierfarben machen. Was für Eier? Eierfarben. Ach, Farben. Ach, Eierfarben. Ah. So. Ähm, bei dir ist jetzt genauso. Dasselbe. Du musst ins Wasser einen Pillar setzen. Weil die Ceiling braucht was, wo sie drauf sitzt. Ja, aber ich kann... Und da ist ein Trino, bei dem muss ich kaputt hauen. Ich muss den ja recht gut allein dann, ne? Er ist da. Er muss jetzt aber erstmal dann das Ding hier annehmen. Warte mal. So, wenn ich jetzt so mache. Ah, ihr habt das zu weit hinten gebaut. Das geht schon. Das geht schon. Ihr hättet... Ihr hättet hier anfangen müssen. Genau hier. So, ich schätze einfach mal hier so. Kann natürlich jetzt auch ein weiterer Schwach so sein. Nee, das geht schon. Und da muss ich einen Pillar auf den Pillar bauen. Und dann kann ich darauf... Hast du jetzt einen Pillar sitzen? Genau. Wo ist der Mammutchen? Da steht am Wasser. Da wo Klim ist. Ja. Erstmal umbenennen jetzt. So, guck mal. Da kann man hier schon mal nice runter. So, da ist Mario. Da sieht doch gut aus. Da kam irgendwo noch einer angeflitzt, habe ich hier gesehen. Am Strand unten. Und der soll erstmal nur Richtung Meer gehen, oder? Wird? Ja, erstmal raus. Erstmal raus. Ähm, Klim, kleiner Tipp. Baut jetzt zwischendurch immer eine Rampe für dich selber, die ins Wasser geht. Die du später wieder abreißt, wenn du mal reinfällst, dass du schneller rauskommst. Okay, die zweite Frage, die ich jetzt noch habe. Ja. Was mache ich mit einem Pillar? Baue ich dann hier noch einen Pillar ran, weil ich kann hier jetzt nichts mehr dran bauen. Dann musst du unter diese Rampe, wo du draufstehst, unter die Ceiling, einen Pillar setzen. Das ist total der Abfuck, wie wir das hier bauen. Und der muss bis runter zum Boden. So, und das ist jetzt der Punkt, wo ich meinte, da machst du jetzt... Ja, ich habe leider nicht mehr genug Holz. Kannst du mir vielleicht noch so ein Ding holen? Was? Kannst du mir eine Rampe organisieren irgendwie? Ich kann auch keine craften, glaube ich. Wo ist denn der Mammutchen? Wir bauen Holz. Was wird das denn hier? Ja, warte doch mal ab. Wir müssen ja erstmal... Einladen. Ja, ja, ja. Warten wir uns sehen. Das wird noch schön irgendwann. Aber wir müssen jetzt mal zum Pötte kommen. Wir sind ein bisschen über der Zeit. Genau. Wir machen jetzt hier die eine Rampe noch ran, so drin, dass er hier seinen Notausstieg hat. Sehr schön. Ja, das wäre ganz geil. Aus dem Wasser raus. Schmeiß mal hier dran am besten. Hier so. Dann geh mal weg, ein Stück. So. Bitteschön. Ah, nein. Da ist nämlich deinen Notausstieg. Weißt du, wenn du reinfällst. Gut, dann würde ich sagen. Ich, äh... Einfach Dankeschön. Und so. Eine noch. Das geht nicht mehr. Okay. Doch. Aber es ist schon weit gekommen. Wir machen hier Feierabend. Dank auf jeden Fall. Dankeschön. Morgen müsste... Montag, Dienstag, Mittwoch. Nee, heute war... Ist ja geil. Die Kacke rollt die Rampe runter. Na klar rollt die Kacke die Rampe runter. Also gestern gab's wahrscheinlich von Sepp und mir einen Livestream zu ARK. Also sieht's wahrscheinlich jetzt schon wieder anders aus und... Ach, keine Ahnung. Gestern gab's wahrscheinlich? Ihr werdet... Ja. Weil Mittwoch wollen Sepp und ich streamen. Ach sooo. Und die Folge, die wir jetzt gerade beenden, ist jetzt für Donnerstag. Ich verstehe. Nee, ist morgen Abend. Ach, keine Ahnung. Gute Verstehe. Das Prinzip der Zeit ist mir jetzt... Ja, genau. Das ist ja jetzt... Du bist erleuchtet worden quasi. Na egal. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Tschö bitte. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschö.